Wie findet man seinen persönlichen Flow, und zwar unabhängig, wie die Situationen, die Lebensumstände gerade sind, ob man es gerade schwierig hat, anspruchsvoll oder vielleicht sogar total belastend, wie findet man da einen guten Ausweg, wie findet man da eine ganz besondere Klarheit und eine ganz besondere Kraft und ganz nebenbei, wie kann man da innere Kreativität entwickeln. Genau darum geht es in diesem Video, und Achtung, Achtung, Achtung! Dieses Video ist nichts für dich, wenn du Angst hast vor deiner wahren Kraft und vor deiner wahren Intelligenz, vor deinem wahren Flow, weil da kann alles passieren. Da kann passieren, dass auf einmal die Post abgeht, und ich weiß aus Erfahrung, das wollen nicht alle. Manche wollen, dass sich nichts ändert. Aber für alle dir, die was vor dem keine Angst haben, ist dieses Video. Und noch einmal als Warnung, wenn du Angst hast davor, dass sich nachher in deinem Leben vielleicht etwas ändern, verbessern oder du durchstarten kannst oder könntest, nachher schalt jetzt ab. Dann ist das Video definitiv nichts für dich. Für alle, die was noch da sind, ich bin auch noch da, weil ich liebe es, wenn sich was tut, wenn die Post abgeht, wenn man sich weiterentwickelt. Wir alle befinden uns ja die meiste Zeit vor unserem Alltag, vor unserem Leben in einer Ereignisachse. Das heißt, wir entwickeln, setzen uns Ziele, erreichen die Ziele, die Dinge entstehen und vergehen auch wieder. Wir möchten gestalten, wir möchten einfach weiterkommen. Und alle diese Formen, manche sagen dazu mein Leben oder ich sage gern dazu meine Lebenssituation oder die Formen, das Spiel des Lebens. Das ist alles auf dieser horizontalen Ebene. Da entstehen die Dinge und sie vergehen auch wieder. Und da gibt es so die Zeit, es gibt die Vergangenheit und es gibt die Zukunft. Und da halten wir uns mehr oder weniger meistens auf. Ja, und nachher gibt es noch eine zweite Ebene und das ist die vor dem, was ich vorher gewarnt habe. Vor dem haben definitiv viele Menschen Angst. Viele. Und das Beispiel, was ich jetzt für dich habe, der hat auch Angst gehabt vor dieser Ebene. Und du kennst die Dina Turner. Ja, wer kennt sie nicht? Heute ist sie 80 und sie hat ein Strahlen, sie hat eine Fröhlichkeit und eine natürliche Freude. Ja, richtig vorbildhaft, richtig toll, richtig super. Das war nicht immer so. Sie war einmal in einer Beziehung. Und in dieser Beziehung war es sehr schwierig für sie. Sie ist da sehr unterdrückt worden. Und das war überhaupt nicht auf Augenhöhe. Das war, sie hat gewusst, sie muss was tun, aber sie wusste nicht, was sie tun soll. Und da sehen wir jetzt auch das Phänomen. Sie hat auf dieser Ereignisachse, da hat sie eine Beziehung gehabt und sie hat jetzt keinen Ausweg da gefunden. Sie wusste jetzt nicht, wie sie da damit umgehen soll oder könnte. Und nachher hat sie etwas gemacht und darum geht es jetzt. Sie hat, sie selber, hat einfach einen Kurs gemacht. Sie hat eine Ausbildung gemacht oder also einen Abendkurs hat sie einmal gemacht. Da hat sie gelernt, dieses Portal zu öffnen. In dieser tieferen Dimension, diese wahre Intelligenz zu öffnen. Und für sie selber war jetzt stimmig, dass sie einen Meditationskurs gemacht hat. Aber es gibt tausende Möglichkeiten. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass man dieses Portal öffnet. Und sie hat es geschafft, dieses Portal zu öffnen. Und sie ist voller Freude heimgekommen und hat ihrem Partner erzählt, sie macht jetzt Meditation und das tut ihr gut. Und er hat gesagt, verschwind mit dem Zeug. Und er hat ihr geahnt. Er hat, glaube ich, unbewusst geahnt, was da abgehen kann. Wie gesagt, Meditation ist eine von tausenden Möglichkeiten. Für sie war halt das stimmig. Und sie hat nachher in der Früh das schon gemacht und hat das gepflegt und hat ihren Fokus da drauf gelenkt. Und sie hat gemerkt, nach und nach hat sie immer mehr Kraft, immer mehr Klarheit und immer mehr Wissen, also tieferes inneres Wissen gekriegt, wo sie einfach gewusst hat, was sie jetzt tun sollte oder könnte. Und ja, sie ist nachher aus dieser Beziehung rausgegangen. Und das war auch ihr Start zu einer Weltkarriere. Also da kann alles passieren. Wie gesagt, es kann wirklich gar, gar alles passieren. Aber noch einmal ganz kurz zurück. Auf dieser Ebene finden wir unser dauerhaftes Glück nicht. Wir finden auch keinen inneren Frieden. Findet man auch nicht. Wir können dies und jenes erreichen. Das ist ganz nett. Das ist gut. Aber ein Glück und eine dauerhafte Zufriedenheit finden wir da nicht, weil die Dinge entstehen und vergehen wieder. Das, was die Tina Turner gemacht hat, sie hat ihr Portal, ihr inneres, vertikales, sie ist auf die vertikale Ebene gegangen, die hat Tiefe entwickelt und hat das gepflegt und hat das weiterentwickelt. Und du hast das sicher selber auch schon erlebt. Du warst, du hast einen Sonnenaufgang erlebt und du hast, du hast nur gestaunt. Und du hast, was ist das? Das ist Wahnsinn. Oder Sonnenuntergang oder du bist auf den Berg raufgegangen und du hast diese Weite gespürt und erlebt und du warst ganz verzaubert. Und genau solche Momente meine ich. Und es gibt eine Extrembergsteigerin und die macht auch Freeriden im Winter. Also die fährt, Berge runter, da magst du nicht einmal zuschauen. Das ist so, so extrem. Und sie sagt, es gibt einen Grund, warum sie das macht. Oder eine Motivation. Es ist dieses komplett gedankenfreie, konzentrierte im Hier und Jetzt. Das ist für sie wahrlich ein göttlicher Moment. Das sind Momente. Und das ist das, was sie so fasziniert. Und genau von dem rede ich. Das ist diese tiefere, vertikale Ebene. Und es gibt wirklich, wie gesagt, viele Zugänge. Der Eckart Tolle in seinem Buch Jetzt, die Kraft der Gegenwart, redet vom Sein, vom präsenten Sein. Von dem, dass da oben dieser Denkstrom oder diese Gedanken, diese Ego-Stimme, die denkt ja die ganze Zeit, jeden Tag. 70.000 bis 90.000 Gedanken am Tag, stell dir das vor. Und 95% wiederholen sich. Das sind immer die gleichen. Das ist wie eine Mühle, die sich immer wiederholt. Und aus diesem Denkstrom auszusteigen, eben in diese tiefere Ebene zu gehen, da entsteht genau das, was wir alle schon so lange suchen. Und zwar dauerhaft. Dauerhaft den Flow. Dauerhaft den persönlichen Zugang zu Kraft, Lebendigkeit und Klarheit finden. Und nicht nur die Tina Turner. Auch andere haben es gemacht. Der Eckart Tolle zum Beispiel. Oder der Tom Mögele in seinem Buch Mindflow. Er redet von diesem G4-Zustand, von diesem göttlichen Zustand. Und der ist, wenn wir unser Denken gerade einmal nicht ernst oder wichtig nehmen. Wenn das Denken einfach fließend durchgeht. Aber wir sind jetzt fokussiert auf diesen göttlichen, freien Zustand. Und genau den Zustand meine ich. Und du merkst es selber. Es ist gar nicht leicht, das zu beschreiben. Weil das kann man eigentlich nicht beschreiben. Das muss man erleben. Und wenn es dir möglich ist, da einen Weg zu finden, wie du für dich selber das stimmig machen kannst, vielleicht täglich für dich aufbauen und entwickeln kannst, dann wirst du merken, da kann wahrlich die Post abgehen. Dann geht garantiert ab. Garantiert. Und zwar in Richtung dein persönlicher Flow. Unabhängig, wie die Situationen im Außengrad sind. Dein persönlicher innerer Frieden. Deine Ruhe. Deine Gelassenheit. Unabhängig, was draußen gerade passiert. Deine lebendige Kreativität. Du wirst staunen, was da daherkommt. Ja und genau darum geht es. Und genau das wünsche ich dir auch. Wenn du das Gefühl hast, das Video ist auch für andere interessant und hilfreich, nachher teile es gerne. Ich freue mich, dass du da dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Fiati Servus. Mach's gut. Fiati List Fiati Untertitelung des ZDF, 2020